Was bisher geschah. In der letzten Folge lernten wir die Pharisäer und die Sadduzeer näher kennen. Die Pharisäer, die treu dem Gesetz folgten und an die Auferstehung und das ewige Leben glaubten einerseits. Die Sadduzeer, die mehr politisch aktiv waren und nicht an die Auferstehung und das ewige Leben glaubten andererseits. Der Oberst erkannte die ernste Lage des Paulus und brachte ihn ins Lager. Nachts redete Gott zu Paulus und sagte ihm, dass Jerusalem nicht die letzte Station führen sei, sondern er noch in Rom ein Zeuge für Gott sein soll. Der Oberst ließ Paulus mit 200 Soldaten 70 Reitern und 200 Schützen nach Caesarea bringen, weil über 40 wütende Juden einen Anschlag auf Paulus verüben wollten. In Caesarea saß der Stadthalter Felix, der sich um diese Angelegenheit nun kümmern sollte. Wird Felix eine Hilfe sein? Paulus wurde also nach Caesarea gebracht. Mitten in der Nacht brachen die Soldaten mit ihm auf und kamen nach einem Zwischenstopp in der Stadt Antipatris, ca. 55 km von Jerusalem entfernt, in Caesarea an. Die Juden, die die Verschwörung geplant hatten, mussten jetzt ziemlich sauer sein und mussten sich ziemlich geärgert haben. Ob sie noch weiter auf Essen verzichteten, jetzt wo Paulus weg ist? Das werden wir wohl nicht erfahren. Felix, der Stadthalter, war ein ehemaliger Sklave, der 52 nach Christus als Stadthalter über Syrien eingesetzt wurde. Dazu zählte auch Zilizien und Judäa. Das Erste, was Felix Paulus fragte, war, sag mal, aus welchem Land kommst du eigentlich? Paulus antwortete ihm, dass er aus Zilizien sei. Felix stellte ihm diese Frage ganz bewusst, weil er seine Zuständigkeit klären wollte. Muss er sich jetzt kümmern oder muss jemand anders sich um diesen Fall kümmern. Da aber ja Zilizien und Syrien mit Judäa zusammen eine Provinz bildete, konnte Felix in dieser Angelegenheit entscheiden. Er schob das Verhör allerdings noch auf und wollte warten, bis die Ankläger auch vor Ort waren. Deswegen wurde Paulus in den Palast des Herodes geschickt, wo er unter Arrest stand. Fünf Tage später trafen sie dann ein. Der hohe Priester Hananias, die Ältesten aus Jerusalem und Tertullus. Tertullus war sozusagen so etwas wie er Anwalt. Er sollte für sie ihre Sache vertreten und Felix klar machen, wie böse Paulus eigentlich ist und dass er den Tod verdient hat. Tertullus ließ auch nicht lange auf sich warten und legte richtig los. Felix, du hast so viel für dieses Volk getan. Du bist so freundlich zu uns. Aber dieser Mann, dieser Mann ist die reine Pest. Er zettelt auf der ganzen Welt Aufruhen an. Er ist der Anführer der Sekte der Nazarener und er bricht das jüdische Tempelgesetz. Und dann kam auch noch der Oberst Lysias, riss ihn aus unseren Händen und jetzt sind wir hier bei dir. All diese Anschuldigungen sind uns ja schon bekannt. Es kommt nichts Neues hinzu. Wenn wir heute das Wort Sekte hören, dann denken wir an Gruppen, die neben der Bibel noch weitere Schriften haben, wo diese behaupten, dass sie von Gott offenbart sind. Mit Sekte im ersten Jahrhundert nach Christus war aber erstmal einfach nur eine Gruppe gemeint, die ihre eigenen Regeln hatte. Das war erstmal eine neutrale Beschreibung. Die Christen verhielten sich eben anders als die Juden und sie wurden Nazarener genannt, weil Jesus aus Nazareth kam. Damit wurde deutlich, sie folgen diesem Mann nach, galten aber als Sekte, weil sie sich eben nicht wie Juden verhielten. Felix nickte Paulus zu, dass er was zu seiner Verteidigung sagen konnte. Paulus sagte, ich habe mich weder im Tempel mit jemandem gestritten, noch habe ich irgendwelche Aufruhen provoziert. Sie können das nicht beweisen. Aber eine Sache muss ich dir jedoch bekennen. Ich diene dem Gott meiner Väter. Ich glaube an all das, was im Gesetz steht und was die Propheten gesagt haben. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Nach einigen Jahren kam ich dann wieder nach Jerusalem, um im Tempel zu opfern und die Reinheitsvorschriften einzuhalten. Und jetzt, wegen der Auferstehung der Toten, werde ich hier angeklagt. Felix wusste, dass Paulus im Grunde genommen wirklich unschuldig war. Aber er vertagte die Sitzung, um ein bisschen Zeit rauszuschlagen und hat dann eben gemeint, dass der Oberst Lysias nach Caesarea kommen soll, um auszusagen. Währenddessen kam Paulus ins Gefängnis, was sicherlich auch eine gute Entscheidung in dem Moment war, um Paulus vor den ganzen Juden zu schützen, damit sie ihn nicht umbringen. Und das Gefängnis war für Paulus auch total angenehm, weil Felix veranlasst hat, dass Paulus zum Beispiel seine Freunde sehen durfte. Das heißt, er durfte besucht werden. Man könnte meinen, dass ein bisschen Ruhe einkehrt und die Sache mit Paulus so langsam ein entspanntes Ende findet, aber falsch gedacht. Einige Tage später kam Felix zu Paulus mit seiner Frau Drusilla. Drusilla war eine Jüdin. Paulus unterhielt sich mit ihnen, erzählte vom Glauben an Jesus, davon, dass es wichtig sei, die Gebote Gottes einzuhalten, enthaltsam zu leben und dass es ein Gericht geben wird. Und Felix war völlig schockiert. Schaute ihn an und meinte nur, geh. Geh einfach. Es ist genug für heute. Zur gegebenen Zeit lasse ich dich vielleicht wiederholen. Eigentlich hoffte Felix auch darauf, dass Paulus ihn bestechen würde. Bestechung bedeutet, ich gebe dem anderen etwas, also meistens Geld, um einen Vorteil für mich rauszuschlagen, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Richter und Stadthalter standen und stehen auch heute noch besonders in der Gefahr, bestochen zu werden, weil Geld noch ziemlich verlockend ist. Felix wollte Geld, aber Paulus wusste ja, dass das falsch ist und dachte überhaupt nicht daran, ihn zu bestechen und ihm Geld zu geben. Aber warum reagierte Felix denn jetzt so schockiert? Felix wurde ein wenig nervös, weil er sich durch das, was Paulus sagte, ertappt fühlte. Felix war nämlich ein Betrüger und er war ziemlich fies. Drusilla war eigentlich mit einem anderen Mann namens Azizus verheiratet. Und im jüdischen Gesetz steht, du sollst die Ehe nicht brechen. Felix mochte sie so sehr, wollte Drusilla unbedingt heiraten und hat sie dem anderen Mann ausgespannt, also damit die Ehe gebrochen, also die Ehe kaputt gemacht und hat Drusilla schließlich geheiratet. Das muss so unangenehm gewesen sein, dass Paulus dann ausgerechnet noch über Enthaltsamkeit und Gericht sprach. Die Zeit lief und sie lief und es passierte nichts. Felix redete zwar oft mit Paulus, aber da passierte einfach nichts und er hoffte ja immer noch, dass Paulus ihn vielleicht bestechen wollen würde. Es vergingen zwei Jahre. Könnt ihr euch das vorstellen? Zwei ganze Jahre. Und dann war Felix weg. Der wurde abgelöst von einem anderen Stadthalter namens Festus. Und Felix hat Paulus einfach im Gefängnis gelassen, weil er den Juden eben auch noch einen Gefallen tun wollte und sich gut darstellen wollte. Festus nahm die Verhandlungen rund um Paulus dann wieder auf. Die hohe Priester aus Jerusalem, die witterten ihre Chance, Paulus endlich loszuwerden. Sie versuchten wieder einen Hinterhalt und wollten wieder Paulus auf dem Weg nach Jerusalem töten. So wie sie das vor zwei Jahren schon mal probiert haben mit diesem Hinterhalt. Aber Festus ließ sich nicht darauf ein und war erst mal selbst in Jerusalem, um sich alles anzuhören und ließ dann die führenden Juden nach Caesarea kommen. Dasselbe Spiel also wieder von vorne. Anklagen über Anklagen über Anklagen über Anklagen und nichts Handfestes dahinter. Sie hatten ja auch einfach keine Beweise. Festus wollte aber genauso wie Felix den Juden gefallen und fragte Paulus dann, bist du bereit, in Jerusalem vor Gericht zu stehen? Oje, das ist eine wirklich fiese Frage. Paulus wusste hier nämlich ganz genau, wenn ich mich jetzt darauf einlasse, dann werde ich niemals eine faire Verhandlung bekommen. Der Hoher Rat will mich tot sehen, als ob die mich fair behandeln würden, wenn ich da jetzt hingehe. Deswegen sagte er zu Festus, sollte ich ein Unrecht begangen haben, das mit dem Tod bestraft werden muss, dann bin ich bereit zu sterben. Wenn die Beschuldigungen der Juden aber unbegründet sind, darf mich auch niemand an sie ausliefern. Ich fordere, dass meine Angelegenheit vor dem Kaiser in Rom verhandelt wird. Seine letzte Chance. Es ist besser, an den Kaiser ausgeliefert zu werden, als an den Hohen Rat, der ihn tot sehen will. Dann kommt es noch zu einer Unterredung mit König Agrippa. Dann ein Schiff, ein Sturm, Wind, Wellen, hektisches Hin- und Herrennen, Todesangst, Ladung, die über Bord geschmissen werden musste, eine Brandung, eine Sandbank, ein auseinanderbrechendes Schiff. Überlebt Paulus diese Überfahrt nach Rom? Ist sein Ende in Rom jetzt schon nah? Was muss er noch ertragen müssen? Das erfahrt ihr im großen Paulus-Finale in der nächsten Woche.